Du bist der Wahnsinn. Weiter. Jetzt hat dir eigentlich was an mir aufgefallen. Du hast vier Ohren. Sie kotzt jeden Tag statt Frühstück. Kriegst du ja clean. Na, oder? Haut's euch richtig rein! Ich nehm dich nicht. Das hat keine Ahnung von mir. Aber ich kenn deinen Aszendenten und furzen sonst nur, wenn ich nicht im Zimmer bin. Das ist wahnsinnig deprimiert. Sie kennt das noch nicht so. Ist Ihnen bekannt, dass Kinder die Träger der Gefühle der Eltern sind? Oslo! Du hast mich verlassen, Herst! Ich muss jetzt da raus, weil sonst bin ich hier da noch auf den Pipi. Wir ziehen die Kleinen zur Selbstständigkeit, indem wir sie allein an Mischli zubereiten lassen. Ich wüsste schon lieber genau, was sie da reintun dürfen. Dinkelflocken. Kokosflocken. Rosinen. Moment, Rosinen? Rosinen. Spuriski. Alter, ihr habt echt Probleme. Kann nicht mehr mithalten mit deiner Coolness, mit deiner Lässigkeit, mit deinem Hipster-Schnurrbart. Ich kann jetzt hier nicht im Supermarkt drüber reden, ob man eine Affäre anfängt. Das geht nicht. Ich weiß nicht, warum ich nicht zufrieden bin. Versteht das keiner? Ich glaub, sie versteht's. Was hatte ich bloß? Was hatte ich bloß? Sie waren sie nicht geworden? Du kannst kochen und du hast einen großen Schwanz. Ja, danke. Das hat sie zum Beispiel nie gesagt. Wo bin das dann? Was ist passiert? Was hatte ich bloß so ruiniert? Ja, wir sehen, dass alles irgendwie anders ist. Ich glaub, das kommt dir nur so vor.